Hey Leute, heute mit einem Zuschauerbeitrag der etwas anderen Art. Ich werde öfter mal nach Erfolgsgeschichten gefragt und ich bin dabei zwiegespaltener Meinung. Zum einen ist es sicher schön zu hören und es kommen immer wieder Leute auf mich zu, die mir im Nachhinein danken und berichten, wie es ihnen ergangen ist. Teilweise mit der Ex wieder in einer Beziehung, teilweise einfach so glücklich. Das Problem, welches ich sehe, ist, dass sich die Leute, die noch im Prozess stecken, gerne darauf konzentrieren, was andere für Erfolge haben, statt diese Zeit in ihre Entwicklung zu stecken. Und wie wir wissen, gibt es das Paradoxon, dass ihr unbedürftiger und besser werden müsst als damals, um die Möglichkeit zu haben, die Beziehungsdynamik passiv positiv zu beeinflussen. Ich habe letztens eine Nachricht bekommen, die da lautete, ich soll doch das ganze Ex zurück aus meinen Videos streichen, da es in meinen Videos primär um die Selbstverbesserung geht und nicht wirklich um Ex zurück. Man hätte ja unter keinem Video gelesen, dass die Ex zurückgekommen wäre. Erstens stimmt das so nicht, die Kommentare gibt's, aber überlegt euch mal, warum das so ist. Ich hatte es letztens mit einem Kollegen drüber und er sagte zu Recht, dass der Job relativ undankbar ist. Denn wenn man darüber hinweg ist oder die Ex zurück hat, dann hat man a keinen Grund mehr weiter, den Content zu verfolgen, weshalb ich zusätzlich die Mindset-Playlist habe und auch für den weiteren Prozessvideos mache. Und b die Ex sollen nicht herausfinden, was man in der Zwischenzeit gemacht hat. Daher wird oft deabonniert und öffentlich nichts mehr in diese Richtung gemacht. Privat, also per Mail, bekomme ich häufiger Updates und das freut mich dann umso mehr. Aber ich verstehe jeden, der, wenn er die Ex wieder hat oder es ihm nach langer Zeit wieder gut geht, hier nicht mehr drunter schreibt. Umso schwieriger ist, denke ich, die Entscheidung, seine Story zu veröffentlichen, während man noch drin steckt. Also wenn man sie zurück hat und ich so eine Frage stelle wie, hey, können wir das als Zuschauerbeitrag nutzen, damit die Leute eine Vorstellung davon bekommen, wie es laufen kann? Das habe ich jetzt einmal gemacht und ich würde mich freuen, wenn noch mehr Leute mit sowas auf mich zukommen. Egal, wie es bei ihnen gerade aussieht. Also ob sie das hören und noch daran denken, ob noch nichts wirklich ging, ob es ihnen besser geht, ob sie die Ex zurück haben, vollkommen egal. Gerne per Mail an mich damit. Und keine Sorge, nicht aus jedem mache ich einen Videobeitrag. Das könnt ihr mir gerne mit dazu schreiben, wenn es für euch in Ordnung ist. Und dann nenne ich auch keine Namen und mache das Ganze unkenntlich. Das ist gar kein Problem. Aber unter der Prämisse, dass wir es richtig einordnen, mache ich das mit den Zuschauerbeiträgen, mit den Erfolgsstories. Die Leute, die das hören, müssen wissen, dass sich dadurch für ihre Situation, absolut nichts ändert. Sie müssen dasselbe leisten, den Fokus auf sich verschieben und nicht überinvestieren, weil sie denken, dass es auf die eine oder andere Weise ja schon bei jemand anderem geklappt hat. Kein Cherrypicking. Das ist extrem wichtig dafür, dass ich diese Art Content als positive Bestärkung raushaue und sie niemandem im Weg steht. Daher hier nochmal der Disclaimer. Ihr könnt eine hundertprozentige Chance haben. Wenn sie den Typen kennenlernt, ist die direkt auf Null. Ihr könnt überhaupt keine Chance mehr sehen und ihre Gefühle können über die Zeit von heute auf morgen gefühlt wiederkommen, wenn ihr richtig handelt. Und es ist nicht wichtig, dass sie wiederkommt, sondern dass es eine gute Beziehungsdynamik hat, durch die ihr beide glücklich werden könnt. Das ist gerade nach der Trennung eure Aufgabe für euch selbst. Gut, also die Erfolgsstory mit ein paar Fragen, die ich zusätzlich dazu bekommen habe. Kurze Randinfo. Die beiden waren davor vier Jahre zusammen und dann durch sie circa vier Monate getrennt. Grund typischerweise Anziehungsverlust. Er hatte dann ein E-Mail-Coaching bei mir und hat wirklich was aus sich gemacht, so wie ich das mitbekommen habe. Okay. Hey Flo, danke dir. Wollte dir ein kurzes Update geben. Kannst vielleicht das ein oder andere für einen deiner Beiträge hernehmen. Und ich hätte noch ein paar Fragen, was du vielleicht darunter verstehst. Sie wollte es nochmal probieren und kam an. Hab ihr dann gesagt, dass ich keine Eile sehe und derzeit erst mich wieder komplett gut fühlen will. Ich kam aus einem Burnout. Das hat dann das Interesse bei ihr gesteigert, dass sie geweint hat und unbedingt wieder mit mir zusammen sein wollte. Sie konnte nicht verstehen, warum ich so desinteressiert war und sie nicht gefragt habe, wie es ihr geht etc. Kontaktsperre. Sie hat sich zwar sehr darüber beschwert, dass ich kein Interesse mehr gezeigt habe, aber trotzdem hat es scheinbar dazu geführt, dass sie mich wieder mehr wollte und wieder mehr investiert hat. Ja. Und hättest du an der Stelle nachgegeben und ihr direkt alles gegeben, was sie sich gewünscht hat, wäre ihr Interesse mit der Zeit wieder runtergegangen, da sie den Wert in dem Ganzen nicht erkannt hätte. Sie hätte nicht weiter in dich rein investieren müssen. Sind nun seit Mitte Dezember wieder zusammen und zwar zu Beginn sehr komisch und ungewohnt. Mittlerweile wird es wieder gewohnter und es läuft meiner Meinung nach gut. Ich entscheide nun und versuche mich stets zu verbessern. Ich biete ihr was, indem ich sie zum Essen einlade, einfach spontan Sachen mit ihr unternehme, aber immer nur mit dem Hintergedanken, dass es mir auch Spaß machen muss. Ich mache nichts mehr nur wegen ihr und gebe auch meine Entscheidungsgewalt nicht mehr ab. Habe ich auf etwas keinen Bock, sage ich ihr das. Versuche nun auch nicht mehr nur um des Friedenwillens Diskussionen zu vermeiden. Taugt mir was nicht, sage ich ihr das oder entziehe ihr meine Aufmerksamkeit. Muss das noch mehr in meinen Frame packen, damit es wirklich komplett unterbewusst abläuft, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Yes, sehe ich auch so. Übung macht an der Stelle den Meister. Und die Selbstbestätigung, die du daraus ziehen kannst, dass du merkst, was deine Art hier bewirkt. Essen einladen, spontane Sachen unternehmen, verbuche ich unter Game. Also Dating, Verführung und Spannung reinbringen. Das sollte niemals aufhören, weil man sonst irgendwann diesen verdammten Alltag drin hat und sich seinem Schicksal ergibt. Auch hier muss man seine Komfortzone verlassen. Eine Beziehung ist Arbeit. Ich habe mir viel aus deinen Sachen von Coach Mischa und auch von Metin rausgezogen und kann wirklich sagen, dass vor allem die Kombination mir am meisten gebracht hat. Nicht nur die Sichtweise eines Coaches, weil man auch schauen muss, welche Sachen wirklich zu einem passen, in Klammern Glaubwürdigkeit, und an welchen Punkten nach der Selbstreflexion man auch ansetzen muss. Du sprichst dir das Thema Integrität, Authentizität und Konkurrenz an und das sehe ich genauso. Wir können dir Wege und Möglichkeiten zeigen, Fakten erklären, die du für dich aber erst selbst prüfen musst. Nimm nie etwas Gesagtes einfach so als solches hin, sondern schau, ob und wie es dich weiterbringen kann. Und dann integriere es Stück für Stück in deinen Frame, deinen Alltag und deine Routinen. Mein Hauptthema war einfach, sich maskuliner verhalten, Entscheidungsgewalt an mich ziehen, risikofreudiger sein, weniger reden, mehr machen, seinen Standpunkt so oft es geht klar vertreten, sie nicht aufheitern zu wollen, wenn sie schlecht drauf ist, ihr aber bei Problemen einfach nur zuhören, anstatt diese lösen zu wollen. Von sich selbst schwärmen. Demut war eines meiner größten Probleme. Sage ihr nun ganz offen, dass sie froh sein kann, so einen Mann wie mich zu haben und dass ich weiß, was ich ihr bieten kann und welchen Wert ich habe. Ich habe mich zuvor immer gescheut, auf meine Sachen, die ich erreicht habe und auf mich stolz zu sein. Fängt sie Drama an, entziehe ich ihr sofort die Aufmerksamkeit oder entziehe mich dem Drama. Ich fange hier nicht mehr an, logisch zu diskutieren. Entzieht man sich, ist meistens am nächsten Tag alles vergessen. Emotionale Eintagsfliege. Hier wirklich aufpassen, dass es wirklich ein emotionales Problem ist und du das nicht auch bei tatsächlichen Problemen aus Gewohnheit dann machst. Aber ein Großteil der weiblichen Probleme sind emotionaler Natur. Daher kann man das als Faustregel so beibehalten. Ihr sagen, welchen Wert du hast. Ja, steh auf jeden Fall dazu, was du erreicht hast und lass dir auch nichts anderes einreden. Aber an der Stelle wäre es von größerem Wert, wenn du sie das spüren lassen würdest und es nicht nur erzählst. Denn, ich meine, das ist jetzt gerade die Konkurrenz. Du erzählst es ihr und es ist auch so. Das ist gerade der einzige Grund, warum das so funktioniert. Wenn du es ihr einfach nur erzählen würdest, sie würde es aber nicht mehr spüren oder da wären andere, anderweitig Probleme, dann wäre das schon nichts mehr wert. Also es ist immer besser, sie das einfach nur spüren zu lassen und halt gar nicht drüber zu reden. Aber okay, dann ist das jetzt schlichtweg normal für dich. Ich meine, deine Worte und dein Stand können miteinander übereinstimmen. Das ist keine Frage. Du kannst damit Recht haben. Aber wieso es dann überhaupt ansprechen? Überspitzt oder im Flirt ist das mal drin. Aber an alle, die das gerade hören, bitte nicht toternst. Also toternst sagen, du weißt, was du an mir hast oder solche Sprüche. Das wird schnell als Ego-Sache aufgefasst. Und das ist wiederum, kann in Richtung rote Flagge abdriften. Ich streite auch bewusst mit ihr, damit ich sie auch mal frustriere. Finde Auf und Abs wichtiger, als wie wenn monoton langweilig es wenig Höhen und Tiefen gibt. Hoffentlich nicht einfach so, denn das ist genau die Art, die das mit der Zeit toxisch macht und die Frauen gerne mal bringen, weil sie das in der Brigitte gelesen haben. An der Stelle würde ich meine Grenzen durchsetzen, aber ihr nicht ständig einen Grund bieten, wegen dir emotional zu werden. Das ist ein Pick-up-Taschenspielertrick, der in einer Beziehung nichts verloren hat. Coach Mischer ist knallhart, in Klammern zu hart. Du bist sehr analytisch, sprichst die ganzen Prozesse ins kleinste Detail auf und Metin ist sehr praxisorientiert und geht auch aktiv auf die Ex zu, aber immer unter der Prämisse, den Frame zu halten und knallhart männlich zu sein, zu bleiben. Was ich für mich herausgefunden habe, wenig reden. Wenn gesprochen wird, dann direkt und klare Ausdrucksweise. Körpersprache muss konkurrent dazu sein. Und das Wichtigste, mein Interesse ist unwichtig für das Interesse von ihr an mir. Sprich, ihr Interesse an mir ist eigentlich höher, wenn ich sie im Dunkeln tappen lasse und ihr auch klar mache, dass ich zwar bereit bin, ihr etwas zu bieten, aber auch ganz klar das mache, worauf ich Bock habe. Nicht in Form eines Arschlochs, aber Push-Pull-mäßig. Mal mehr Interesse und sie überraschen, mal wieder enttäuschen. Mal sie anrufen am Abend und gute Nacht wünschen, mal Handy auslassen. Somit weiß sie nicht, was kommt und hält die Spannung oben. Kannst es anders sehen, aber ich habe das so für mich rausgefunden. Ja, gut, dass du es ansprichst. Ich meine, dass du es bewusst machst, ist mein Problem an der Geschichte. Dass du es machst, um etwas in ihr zu bewirken. Push-Pull ist wie gesagt anfangs beim Dating ganz nützlich und hat, so wie du es hier schilderst, auch seine Anteile. Aber bewusst enttäuschen, Ungewissheit erzeugen, indem man ganz bewusst die Strippen zieht und nicht, weil man gerade die Prioritäten bei sich hat. Schwierig. Ein Beispiel, pass auf. Du lässt dein Handy bewusst aus, damit sie dich nicht erreichen kann. Ich lasse mein Handy bewusst aus, weil ich mich auf meine Arbeit konzentrieren muss. Gleiches Ergebnis. Mindset-technisch, aber ein meilenweiter Unterschied. Und wenn du jetzt sagen solltest, aber irgendwo ist es auch so und ich beschreibe hier nur die Wirkweise meiner Taten. Alles gut. Alles in Ordnung so. Falls aber nicht, bekomm den mentalen Ursprungspunkt weiter auf dich. Tiefgründiger. Und mach es nicht, um was bei ihr zu erreichen. Ich sage ganz bewusst Nein zu manchen Sachen und entscheide auch oft etwas, obwohl es mir wirklich egal ist. Es geht mir einfach darum, meine Meinung so oft es geht zu äußern und so wenig es geht mir egal, vielleicht oder entscheide du. Wieder Kontrolle macht, Entscheidungsgewalt abzugeben. Finde ich an und für sich nicht schlecht. Und auch hier wieder, warum sind dir bestimmte Dinge egal? Wir haben immer eine Tendenz und der würde ich nachgehen. Die sollte nicht sein, dass du etwas sagst, nur um etwas gesagt zu haben, sondern dass du sagst, was du willst. Das betrifft hauptsächlich Entscheidungen und sich so darauf zu trimmen, diese zu treffen, ist gut. Aber manchmal gibt es nicht nur Ja oder Nein, sondern Möglichkeit Nummer 3, die dir vielleicht eher liegen würde. Also so in die Richtung geht es. Allerdings spricht sie nun wieder von Sachen weit in der Zukunft mit uns zusammen. Freut sich wirklich, mich zu sehen und läuft mir auch hinterher, wenn ich mich verabschiede, was wirkliches Interesse ausdrückt für mich. Meine Fragen. Mit welchen Sachen hältst du dauerhaft Anziehung oben? Ich weiß, Fokus auf mich, aber gibt es auch beziehungstechnische Skills, die das erhöhen, wie Vertrauen erhöhen, Interesse zeigen durch Geschenke und Gefälligkeiten, zuhören statt direkt Probleme von ihr lösen zu wollen, bewusst Überraschungsmomente einbauen und nicht alles anzukündigen. Ich finde dazu wären ein paar Videos noch wichtig, wie man aktiv das Interesse in einer Beziehung oben hält. Die gibt es schon. Durch deinen Frame, also deine Grenzen. Durch Dating, wie du es beschreibst, auch mal was anders machen und Interesse zeigen. Durch deine Selbstverbesserung und den damit einhergehenden primären Fokus auf dir. Sie ist die Nummer zwei in deinem Leben. Dementsprechend braucht sie auch Aufmerksamkeit und Sicherheit, die sie durch dich als Nummer eins aber auch bekommt. Du sagst, ich weiß, Fokus auf mich, aber. Es gibt kein Aber. Das steht an erster Stelle. Die Skills, die du beschreibst, kommen durch deine Einstellung. Nicht dadurch, dass du rumprobierst und den angeblich besten Weg finden möchtest. Du wirkst durch dich und nicht über sie. Jetzt haben wir aber das in Anführungsstrichen Problem, dass du dir bestätigt hast, dass du über dieses Ausprobieren und diese Einstellung dasselbe Ergebnis hast. Und letzten Endes muss man auch sagen, dass sie auf dich zukam und du die Chance genutzt hast. Du warst unbedürftig, aber um das zu integrieren, hätte es noch mehr Zeit gebraucht. Und diese Zeit würde ich für mich jetzt nutzen, denn generell hast du sie noch. Du hast gerade die Möglichkeit, weiterzukommen, da sie weiterhin da und investiert ist. Wenn du an der Stelle jetzt aber so weitermachst, dann spielst du irgendwann womöglich inkongruent ein Programm ab, das du dir jetzt gerade bestätigst. Denken wenig über die aktuelle Situation raus. Was hat sie wirklich dazu gebracht, wieder Interesse zu zeigen? Beziehungsweise hauptsächlich? Deine Einstellung, oder? Also erweitere deine Einstellung. Vertrauen wird mit der Zeit erhöht, wenn sie keinen Grund hat, dir zu misstrauen. Und ja, sie merkt, dass du der bist, den sie will und in dir gesehen hat. Interesse und Anziehung hast du gerade. Das, was du gerade tust, gehört erweitert und ausgebaut. Aber in Richtung deines Selbst und deines Mindsets. Nicht in Richtung, was kann ich noch aktiv tun, um sie mehr an mich zu binden. Du kannst das tun, was du gerade tust und Wege finden, es für dich selbst und dein persönliches Weiterkommen zu nutzen. Du hast gerade kein Drama in der Beziehung. Das heißt, du hast Kapazitäten. Also nutzt die Ruhe für dich. Vieles steigert sich schlichtweg dadurch, dass sie eine hohe Anziehung zu dir hat und diese beibehalten wird. Das heißt, den Weg, den du jetzt gerade mit dir gehst, kannst du beibehalten. Aber du musst trotzdem weiterkommen. Nächste Frage. Wie setzt man aktiv Grenzen? Durch Entziehen der Aufmerksamkeit oder ihr eine klare Ansage zu machen? Coach Mischa spricht oft davon, zu drohen, die Beziehung zu beenden. Meiner Meinung nach ist der Elefant im Raum, sofern man das einmal erwähnt. Und öfter als einmal erwähnen kann man es nicht, weil es dann unglaubwürdig wird. Hast du hierbei gute Skills? Also einfach eine klare Ansage machen oder sollte sie sich nicht daran halten, die Aufmerksamkeit komplett entziehen? Inwiefern ist das möglich in einer Beziehung? Mir ist klar, sollte das regelmäßig vorkommen, dass die Beziehung dann keinen Sinn ergeben würde. Drohen ist ein Zeichen von Schwäche. Auch hier kommt es wieder auf dich und deine Grenzen selbst an. Erstmal musst du sie erkennen und wissen, wer du bist und wer du sein willst. Was du dazu brauchst, das zu werden. Da ist häufig Drama etwas, was dich Zeit und Kapazitäten kostet. Und hier wird klipp und klar gesagt, was geht und was nicht. Und wenn das gesagt wurde, musst du dich auch zu 100% dran halten. Es muss Konsequenzen geben, wenn du eine Ansage machst. Sie muss es merken. Ist aber schwer zu verallgemeinern, da es stark darauf basiert, wer ihr seid und wie ihr damit umgeht. Zu sagen, dass man die Beziehung beendet, sollte das allerletzte Mittel sein. Da muss die Uhr schon kurz vor 12 stehen und der kleinste Ausrutscher würde zu dieser Konsequenz führen müssen, damit man dich damit ernst nehmen kann. Das ist in meinen Augen kompletter Quatsch. Das würde ich nur machen, wenn mir eine Frau schon mit dem typischen, ich liebe dich, bin aber nicht verliebt in dich kommt oder die Gefühle zu dir anzweifelt. Aber als Konsequenz und nicht als Bestrafung. Das mit dem Aufmerksamkeit Entziehen in einer Beziehung ist ebenfalls schwieriger. Grundsätzlich ist klare Kommunikation und das Wissen über sich selbst das Allerwichtigste. Wie im Beitrag kann man Gefühle hinter dem weiblichen Narrativ ändern erwähnt. Es geht eben um ihr Gefühl in dem Moment. Dass es da ist und negativ ist, ist ein Problem. Da ist die Frage, ob es ein Konkurrenztest ist, den du mit dem Entziehen von Aufmerksamkeit vermutlich versauen würdest. Denn wenn sie dich testet, kann es unter Umständen in der Situation passieren, dass wenn du dich rausziehst, es so rüberkommt, als würdest du nicht damit klarkommen. Und wenn es ihr in dem Moment ernst ist, dann ist ein dann mach halt was du willst eher etwas, was Schwäche zeigt bzw. nicht dazu beiträgt, dass sie sich verstanden fühlt. Nicht falsch verstehen, das muss sie auch nicht unbedingt. Aber du willst zeigen, dass du die Situation unter Kontrolle hast und kannst nicht in jeder Situation einfach ignorieren, was sie fühlt. Auch das muss Konsequenzen haben. Beispielsweise wäre dein Push-Pull-Ansatz hier gut geeignet. Also das Ganze an der Stelle wieder gamen. Mein Lieblingsspruch ist hier immer noch, das hier ist keine Demokratie mit einem verschmitzten Unterton. Also das ist keine Demokratie. Gewisse Dinge müssen hier ernst genommen werden, aber das betrifft sie als Ganzes und nicht ihr Gefühl, welches du damit nicht bestätigen willst. Wie du schon sagst, ist sowas in kurzer Zeit dann wieder erledigt, wenn du ihre Realität nicht bestätigst. Einfach nur Aufmerksamkeit entziehen ist aber nicht in jeder Situation angebracht. Also würde ich zu einer guten Mischung aus klarer Kommunikation und Schlagfertigkeit raten. Und das ist das große Problem hierbei. Auch so muss man sein. Das muss konkurrent werden. Du musst so werden. Es bringt nichts, dir zu sagen, tu das, das und das. Und dann spielst du das Programm ab. Das muss aus dir rauskommen in dem Moment. Nächste Frage. Mich würde deine Sichtweise interessieren und ich hoffe, du kannst ein paar Kenntnisse hiervon rausziehen für deine künftigen Videos. Wie gesagt, ein Video, wie man sich maskulinen Beziehungen verhält, mit dem richtigen Verhältnis von Interesse zeigen, Geschenke machen und dann wieder sich in den Vordergrund zu stellen, wäre echt super. Ich glaube, das hilft vielen weiter, die in Beziehungen sind und es gar nicht erst so weit kommen lassen wollen, dass es kippt. Ja, das Video wird kommen, habe ich mir aufgeschrieben. Themenlist ist ein bisschen lang, aber ich setze mich demnächst dran. Geschenke machen würde ich nicht primär als etwas sehen, was ein Muss in Beziehungen ist. Beziehungsweise ich würde es der Kategorie der Aufmerksamkeit und dem Auslösen ihrer Emotionalität zuschreiben. Das hat an und für sich nichts mit Maskulinität zu tun. Primär sorgst du für Sicherheit. Du bist eine Stütze, emotional und physisch. Hast du Beispiele für Grenzen setzen im Beziehungsalltag? Sprich, wenn sie einen blöden Spruch drückt oder für Freunden etwas sagt, was Frauen ja immer gern mal auch zum vermeintlichen Spaß machen? Und mit welchen kurzen Steps beweist man Maskulinität sozusagen aus dem Affekt heraus? Das kann ich auch im geplanten Video aufgreifen, denn das ist genau die Einstellung, dass ich jetzt hier sage, mach A, B und C, dann klappt das, die dafür sorgt, dass du wie im Pickup anfangs ein Programm abspulst, welches sich inkonkurrent macht. Und exakt das sorgt dann dafür, dass diese Schritte nicht funktionieren. Du beweist Maskulinität nicht. Du bist maskulin oder du bist es nicht. Deine Taten sind es oder sie sind es nicht. Und die müssen aus tiefster Überzeugung und dem Mindset herauskommen, in welchem du dich aktuell befindest. Das ist der in Anführungsstrichen Trick dabei. Und dahin muss man sich eben entwickeln, weswegen die Persönlichkeitsentwicklung so ein wichtiger Faktor ist. Deswegen kannst du das nicht unbedingt aus einem Buch lernen. Oder ja, du musst diesen Weg gehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei. Du musst diesen Weg gehen und er muss zu dir hinführen. Nicht dahin, was ist jetzt sinnvoll, was bringt mich jetzt da und da weiter in dieser Situation. Du kannst nicht hingehen und denken, okay, jetzt ist das gerade angebracht, jetzt ist das gerade angebracht. Jetzt muss ich überlegen, ist vielleicht das oder das besser, um besser auf sie zu wirken oder ja, das bringt einfach nichts. Ich denke, durch das häufige Wiederholen solcher Marker fällt es vielen leichter, sowas am Anfang durch simples, aber stetiges Wiederholen es in den Frame zu integrieren. Zum Beispiel noch so kleine Entscheidungen wie, wohin gehen wir zum Essen bewusst zu entscheiden, auch wenn es einem egal ist. Denke, hier übernimmt man dann bei scheinbar unwichtigen Dingen wieder das Ruder bei Beziehungen und führt, was männlich ist. Und bei wichtigen Entscheidungen fällt es einem dann auch leichter. Ja, fake it till you make it ist nicht immer so sinnvoll. Für kleine Schritte aus der Komfortzone raus, beispielsweise wenn du total schüchtern bist und jemand Neues kennenlernst, dann kann das super sein. Aber um eine Beziehung zu halten, ist es der falsche Weg. Wie gesagt, da musst du von weg kommen. Dein Verhalten funktioniert und du hast vieles schon integriert bzw. dir gezeigt, dass es funktioniert. Jetzt bring deinen Fokus näher zu dir und nutze es, dass du dadurch ihre Anziehung hast und sie in deinem Frame steht. Festige ihn durch Aktionen dir selbst gegenüber und Zielsetzungen, die dich in deiner ganzen Art weiterbringen, die dich dem Menschen näher bringen, der du werden willst. Bisher hattest du nichts zu verlieren und ich stimme zu, dass man es tun muss, um es zu lernen. Aber die Gründe sind auch wichtig und der Grund solltest du sein. Vielleicht hast du hier ein bis drei Tipps wie meinen für den Alltag, die man schnell umsetzen kann. Gut, pass auf an der Stelle. Was macht einen Mann wirklich maskulin? Emotionale Kontrolle. Wir unterscheiden uns von Frauen unter anderem dadurch, dass wir gegen unsere Gefühle agieren können, zumindest tendenziell besser. Das ist eine Fähigkeit. Um diese zu lernen, musst du dir erstmal bewusst sein, welches Gefühl du gerade hast und musst es wie ein Beobachter von außen betrachten, während du es fühlst. Du musst dir im Hier und Jetzt selbst bewusst sein, was in dir vor sich geht. Je früher du es bemerkst, desto früher kannst du auch darauf reagieren und eventuell einlenken. Du kannst entscheiden, was du durch dieses Gefühl tust und ob es angebracht ist, so zu reagieren, wie das Gefühl es will. Tipp Nummer eins, wenn du mehr Kontrolle, Verantwortung und so weiter in dein Leben ziehen willst. Nähere dich dir selbst immer mehr an und finde heraus, was du wann wie fühlst. Sei präsent, beziehungsweise werde das immer mehr. Das ist der Ausgangspunkt, um diese Fähigkeit zu lernen, die dazu führt, der sein zu können, der du sein musst und sein willst. Schnell geht hier aber gar nichts. Es sind Entscheidungen, die in dem Moment getroffen werden, wenn du in so einer Situation bist. Und hier ist dein Ansatz, auch in eher unwichtigen Momenten Entscheidungen zu treffen, sehr gut. Allerdings nicht nur das Außenbetreffen, sondern vor allem in und mit dir selbst. Nicht vergessen, dein Innerstes ist die ganze Basis hiervon. Daher kritisiere ich auch die ganze Zeit den Ansatz, es vom Außen abhängig zu machen und nur dazu üben, wie man sein kann. Auch wenn ich denke, dass das ja nicht alles ist, was du hier an Arbeit in dich steckst. Also du bist ja weitergekommen. Das merkt man ja. Daher ist es keine direkte Kritik an dir in dem Moment, sondern an der Vorgehensweise, das in Zukunft so beizubehalten, beziehungsweise den Fokus weiter ins Außen zu verlagern oder da zu halten. Schönes Wochenende und gönn dir mal eine Pause. Viele Grüße. Viele Grüße zurück in den hohen Norden an der Stelle. Wenn ihr eben solche Storys habt, gerne an mich. Die Fragen waren an der Stelle ein Zusatz, den ich nicht in jeder Mail so durchgehen kann. Aber in dem Zusammenhang fand ich sie wichtig. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.